Yo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Ganz genau, letztes Mal sind wir ja aus der Lobby rausgegangen, war ja schon so ziemlich spät und heute ist ein neuer Tag und wir machen eine neue Runde. Hey, würde ich mal sagen, Delta, ich hole dich sofort ab, ich bin übrigens auch wieder im Start, Highlighter. Ja, Neonatoris ist bei uns und der Panos. Ja, Jamaika, meint er Jamaika, okay. Nein, er kommt nicht aus Jamaika, er kommt aus Griechenland. Was machen wir heute konkret, Leute? Ja, was machen wir heute? Ich würde mal vorschlagen, kannst du bei mir einsteigen, sind wir schneller. What the fuck? Nee, komm, ich hab meine eigene Karre, dann fährst du ein bisschen langsamer. Ja, kurzen Moment. Ich guck erstmal hier auf die, warte, 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 warte. Ich will erstmal einen Überfall machen. Ja, ich bin gerade unterwegs zu einem. Ja, hier, hinter uns ist einer. Moment, ich bin noch zu euch, komm. Na komm, komm hier schneller. Wo du hin willst, die habe ich schon gemacht. Folge einfach mir. Okay, sofort. Die habe ich ja gestern in die Mission gemacht mit Lamar. Ja, heute machen wir erstmal hier einen Raubüberfall, dann hängen wir die Bullen ab und der Panos und der Neo helfen mir dabei. Ja, es wäre toll, wenn du dann auf mein Motorrad aufsteigst, ja. Und mein Wagen. Bleib da, weil da stehen wir, wenn wir die Bullen los sind, wieder daher. Aber hier ordentlich parken. Alter, ich will parken. Meinst du, ich bin hier asozial? Und dann hier über meine Motorhaube rutschen oder auch nicht. Kommst du mit rein? Nö, ich warte hier, bin am Fluchtfahrzeug. Ah, okay, perfekt. Die heiße Tosier mitnimm. Und jetzt gib mir die Kohle, du Lutscher hier. Mach die Kasse auf. Wie gesagt, bei Raubüberfällen am besten entweder direkt abknallen oder wie Neo gesagt hat, gezielt bleiben und nach hinten gehen. Das werden wir jetzt versuchen. Wenn es schief geht, knall ich dich ab, Neo. Okay. Wo ist die Tür? Okay, da ist die Tür. Und weg hier. Nicht den Panos, nicht den Panos, nein! Wart! Danke für die Zeit, der Name. Alter, bist du behindert? Wärt er mich um? Ey, ihr seid doch hier wirklich die größten... Ich habe keinen Zutritt zu dem Fahrzeug. Ja, dann streckst du ihn bei mir ein. Alter, wette mich schon wiederum. Panos, hau ab, ja. Alter, jetzt wäre es gegangen hier. Scheiße. Ja, jetzt ist es zu spät. Die Bullen sind schon da. Lauf weg. Bitte keinen Unfall bauen, Panos. Ich probier's. Alter, Mann! Mann, ey, ich... Ich laufe zu Fuß weg. Ich laufe zu Fuß weg. Ich versteck mich in Tankontainer. Alter, was hast du denn für eine schwule Hupe? Wir werden erschossen. Aha, Blödsinn. Will nur, dass du Helm aufsetzt. Will ja nicht, dass du hier stirbst, ey. Wenn wir einen Unfall bauen, dann sterbe ich sowieso. Ich habe nur ein Bikini und eine Unterhose an hier. Ne, eine Unterhose und einen Top. Lass uns ins Parkhaus reinfahren. Bin dabei. Licht aus. Alter, das gibt's doch! Das war jetzt krank, Alter. Ich muss mich totlachen. Hübscher Hintern. Alter, die Polizisten fahren hier hoch. Alter! Das sah so lustig aus. Ja, deswegen fahrst du lieber mit mir, oder? Boah, Palos ist gestorben. Ja, die blockieren da den Eingang und dann killen die mich eiskalt. Egal, hier ist die Station. Wenn sie hochkommen, äh... Trink ich. Trinkste. Und dann gehen wir drauf. Ich sag dir, wenn die hochkommen. Das ist ja wahrscheinlich eher auch selber. Nein, nicht Gas geben, so hören sie dich. Alter! Ach, okay. Ist... Nee. Lindy. Lindy M3 soll ich ihn töten. Lindy M3. Nee, komm, der Lindy nicht. Okay, nee, ich spreng. Nein, 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 nein. Alter! Das darf nicht wahr sein, ey. Warum fahr ich überhaupt mit dir? Ja, dann fahr doch selber. Nee, ich fahr mit Lindy jetzt. Oh, jetzt hast du jeden, der auf diesem Server ist, zwei Sterne gebracht. Wenn er jetzt scheiß überhaupt knallig hinab. Ey, willst du sehen, dass der Lindy mit seinen zwölf Jahre oder elf, äh, die Bullen abhängt und ihr habt es nicht geschafft, ihr habt mich die ganze Zeit nur hier, äh, fast getötet? Alter, der Typ hat ein Auto und wir haben einen Motorrad. Ja, der Lindy nicht hochgekommen, hätte ich keine Sterne bekommen. Zur Info. Alter. Willst du den Lindy jetzt, äh, die Schuld geben hier? Leider schon, weil sobald jemand drauf hat, äh, fahren meistens die Bullen nach. Ich bin gleich entkommen, sag ich nur, ja. Ja, Lindy auch. Der ist auch gleich entkommen. Lindy, bau keinen Scheiß. Lindy, bau keinen Scheiß. Ja, ich bin entkommen. Kann ich halt mit gutem Gewissen sagen. Der kann richtig gut verhandeln, Lindy. Ja, weiß ich eh. Aber ich auch. Das haben wir grad gesehen, Alter. Musst du eine Rolle hinlegen, um cool auszusehen und da wären wir fast draufgegangen. Das war uncool, Alter. Das war uncool. War nur ein bisschen unprofessionell, dass hier die Wand stand. Hätten wir es eh geschafft. Wir haben ja die Rolle komplett geschafft. Und wir haben es geschafft. Lindy, komm vom Gas runter. Lindy, Gas runter. Lindy, Gas runter. Okay, das ist jetzt natürlich scheiße, dass er uns nicht hören kann. Wenn ich will, aussteigen. Wie mach ich das? Während der fährt, kann ich nicht aussteigen. Ich sterbe sofort. Jeder kommt zu uns. Okay, ich steig aus. Alter, Panos, ich bin nicht im Verdum hier. Alter, was kann ich dafür, wenn er genau vor mir anhalten ist. Alter, das bin ich. Alter, wo der überall hinzieht. Das darf nicht wahr sein. Ah, Mann. Ich hab alle herumgebracht. Ihr seid Idioten. Ihr seid zwei Idioten. Oh mein Gott, ihr habt gerade alle hier umgebracht. So, ich bin ja noch keinmal gestorben und das ist jetzt das erste Mal, wenn ihr sterbt, seht ihr einfach nur das. Die Seid-Gott-Animation. Oh ja. Alter, tötet der mich. Ey, du kannst gar nichts, Alter. Du kannst einfach nur gar nichts. Scheiß-Automatik-Zoom. Ich hab hinter mir irgendwie die Polizei und krieg sie gerade nicht an. Natürlich, du tötest mich ja auch. Nee, äh, möchte jemand ein Polizeiauto kaufen? Hier nur 50 Euro heute, nur 50 Euro. Bring sofort mit. Mach dir jetzt erstmal ein paar Missionen mit mir. Gerne. Lade dich dann ein, sobald ich hab, ja. Okay, ähm, wartet mal eben. Auf was? Nee, Mann, die Linde wird mich gleich kennen wollen. Richtig, ne? So, Gott-Animation ist vorbei. Ja, und jetzt machen wir erstmal ein paar Missionen. Ich würd mal sagen, Linde laden wir natürlich mit ein. So, haben wir eine Missionen irgendwo am Start hier? Nein, keine Jobs. Ich ruf einfach mal Lama an. Oder der andere Pisser. Neonatoren, Panos, Lindy, Coyote, KWS, Blue Ball, Space Fighter, Downtown, Gerard. Ja, die Missionen mit Gerard, die sind immer schön. Ruf, ähm, ganz kurz, stopp. Hey, what can I do for you? Delta, stopp. Okay, ich kann keinen Job anfordern, noch nicht. Delta, ganz einfach, stopp. Ja. Soll ich eine Mission rufen? Ich, ich gehe, ich betrete gerade eine, ja? Ich betrete gerade eine Mission und kann euch einladen. Ich wollte aber meine Missionen zu Ende machen. Das bringt sich nichts. Ja, das bringt euch nichts. Nee, das bringt dir genauso wenig. Alter, wenn ich jetzt die Mission starte mit dir und, äh, ich werde aus GTA Online rausgeschmissen, dann, dann schmeißt die Playstation weg. Das zeige ich dir jetzt schon. Mach, was du denkst. Betrete bitte meinen Job. Ich könnte jetzt für jeden Munition kaufen, aber ich mache es lieber nicht. Oh, Delta ist beigetreten. Ja, okay, dann schmeißt die Playstation. Ah, da kommt noch wer. Ich hoffe, das ist jetzt kein Idiot. Soll ich ihn raushauen? Ähm, ja, komm, hau den raus. Ich möchte, ähm, richtig zocken mit euch. Wenn er jetzt hier einfach nur so rumsprintet und nicht tut, was ich euch jetzt befehlen werde, Pff, Scherz. Ja, das ist dann nicht so schön. Oh, draußen. So, starte dann direkt. Denkt dran, ich habe nur eine Pistole, aber ich möchte auch, äh, mitmachen, ja? Also tötet nicht alle Leute von selber, ich möchte mitmachen. Du kommst einfach mit uns mit und, ja, wir beklauen jetzt die Diebe. Okay, ähm, wir sprechen uns ein bisschen ab. Und bitte tötet mich nicht, wenn es geht. Wer möchte mitfahren? Wo ist mein Auto? Da hinten. Ne, achso, ja komm, ich fahre. Ne, ich fahre nicht mit. Ich stehe dauernd nur drauf mit euch. So, ich fahre vor, ich fahre vor. Ja. Und ihr... Alter, was passiert denn hier, ey? Oh, Delta, schickes Auto. Ich bin hinten nachgefahren, langsam. Ja, du bist schick gefahren und ich habe jetzt 20% weniger, ey. Ja, okay, komm. Eigentlich hier rechts, oder? Einer rechts, einer links, komm. So, ganz auf, äh, cool auf die Gang. Fernlicht an, machst du übrigens mit Pfeil-Daste rechts. What the fuck, was war das denn jetzt schon wieder hier? Ups. Oh, Alter! Ich dachte, du kommst rein. Ich habe die Jackson-Daste gemacht, ich komme auf den Speck. Oh, gib Gas! Alter, dann war jetzt schon wieder ein Fail. Ey, könntet ihr mal hinter mir bleiben? Ja, ich bleib eh hinter dir, keine Sorge. So, einfach jetzt hier nur anhalten. Damit ich hier die Minimap hier... Und gucke, wo der LKW ist hier. Also, da ist es. Ja, den, die fährt schon. Du brauchst nur Select-Rückbringerns. Ah ja, sorry. Ich kenne mich noch nicht so aus. Panos geht wieder vor. Es ist dein Todesurteil, das weiß ich nicht. Ah, bleibt cool hinten. Ah ja, genau, danke. Das war ich nicht, das war ich nicht. Das war ich nicht, das wirst du im Let's Play sehen. Das war das Auto. Dein Fahrzeug leckt total herum hier. Wer meins? Ja. Ist gar nicht wahr, Alter. Guck dir das Let's Play rein. Läuft wie geschmiert. Aber das ist eine gute Sache, die GTA hier gemacht hat. Also Rockstar. Bei Battlefield ist es ja so, dass... Alter, bleib doch einfach mal hinter mir. Oh, gib doch mal Gas. Gas. Ich will cool hier, äh, fahren und nicht hier dauernd crashen. So, oh ja, ich wollte schon sagen, ähm, Battlefield 4, da leckt's rum, dann leckt dein Soldat so rum. Ähm, aber hier, bei Grand Theft Auto, nicht. Siehst du, da... Wär ich dir jetzt reingefahren, wärst du jetzt tot. Ah, kleiner Tipp, bleib stehen. Bleib stehen. Schräg parken. Wir gehen jetzt dorthin. Shotgun? Ne, nix Shotgun. Wir machen's, äh... Warte. Kack-Sucker, okay. Also... Einer ist tot. Du bist unsere Pink Lady. Ups, ups, ups. Verweck. Abgehend. Ich geh von hinten, ja. Jupp. Ich beschützen müssen, Delta. Okay. Das DC ist die Wertvolle, ja. Delta ist am wertvollsten gerade. Du schützt die Frau. WTF? Geh weg davon! Ihr habt gerade wirklich gute Feuerunterstützung hier, weißt du das? Kommt ihr klar? Ja. Mein so-so, ne? Alter, ich wollte dich gerade abknallen. So, wo ist das Auto? Äh, ich würde mal sagen, ich fahre. Das weißt du. Ähm, Delta, nein. Äh, äh. Lass mich rüberfahren. Äh, steig, ich steig noch kurz ein und wieder aus, damit ihr in den nächsten kommt, ja? WTF, 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 WTF? Ich bin tot. Fahrt noch nicht durch den Eingang, ja? Ja, ich hol mir erstmal hier Kohle und so. Weil ich wollte gerade den Eingang sichern und das war ein Fehl. Ähm, Panos, kannst du bitte dann mit dem Fahrzeug hierbleiben und helfen, den Heli auszuschalten? Ja, Ding, äh. Delta, du killt die Leute, schießt mit einem G auf den Heli, ja? Ich fahre gerade auf meinen Heli. Einmal eine Pistole oder was? Nein, ich hatte auch so einen Mg gerade. Oh, was ist das Mg, ja? Weiß nicht, aufgehoben oder so. Autos. WTF, die sind ja überall hier. Alter, ich bin gleich tot. Ja. Das ist ja das Problem hier. Ich tag einfach schon mal im Auto ein. Tag in deine Karre ein, ja, wir machen das hier schon. Nee, nicht in den Wagen. Ich tag erstmal hier ein, damit hier mein Leben auffüllt. Das ist jetzt der Scheiß Heli. Der ist abgehauen. Nee, der Heli ist noch da. Ja, wo ist er? WTF, WTF, irgendjemand schießt auf mich. Aber. Wow. Hab die zwei. Okay, perfekt. Ich hole mal die Kohle, die da rum. Okay, ich würde sagen, alles. Da kommt nochmal ein Auto. Der Delta steigt jetzt da bei dir ein. Auf, in den KW? Ja. Und da gibt er mit Pistole halt Unterstützung und, ja. Fahr ich dann einfach mit dem Wagen hinterher. Okay. WTF. Das war grad ich. Ah, das hab ich gesehen. Ja, Karabiner sollte man nicht unterschätzen, ne? Alter. Alter. Noch mehr? Wann sollen wir hier weg, Alter? Alter, ich hau jetzt ab. Ja, wir müssen jetzt weg. Die Sporen sind unterbrochen, ja. Komm. Okay. Delta, komm in den LKW. Ich fahr, ich fahr, ich fahr. Ich fahr zu spät. Komm, jetzt steig ein und gib. Du hast bessere Waffen. Verstehst du nicht? Lass hinfahren. Ups, sorry. Ich dachte, bei mir warst du schon... Der Delta soll fahren, oder was? Bei mir warst du schon drin. Jetzt steig ein. Nein. Ich werde nur zwei Grad getötet. So, jetzt schießt die ab. Schießt die einfach nur ab. Ja, gibt Gas. Einfach Gas geben. Aufgabe Gas geben. Bin tot. Alter, wenn... Ach, man. Komm, schmeiß die Leiche raus. Alter. Ich hol mir meine Karre und versuch... Wow, 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 wow. Ich bin tot. Woher? Wer hat mich abgeschossen? Es sind zu viele. Es sind zu viele. Nee, es war keiner da mehr. Panos, schaffst du das? Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Wir haben den Mikro-MP. Panos muss jetzt einfach fahren. Ich kann jetzt nur mit zuschauen. Ich versuche auch noch, hinter dir herzukommen und... Boah, Alter, was eine Lenkung, der scheiß Auto hat. Wir haben ein bisschen mehr Bremsen. Weiter. Hier rein. Wir sehen, what the fuck, Alter. Die sind ja heftig drauf, Alter. Aber ist das doch schwer? Nein. Auf was? Auf Mittel. Meine Fresse, Alter. Kommst du klar? Bist du schon fast da? Ja, ich lenke die hier ein bisschen ab. Die schießen auch in die Welt auf mich. Da brauchen wir noch vier Kilometer. Alter, vier Kilometer. Alter, die schießen mich fast tot. Bei dir auch? Die sind auch bei mir. Ich kill meistens den Fahrer, dann haben die eigentlich keine Chance. Ich habe mich jetzt glücklicherweise ganz schnell getroffen. Ich bin fast bei dir. Ja, fahr einfach, ja. Panos, kannst du dich irgendwie, hast du im Inventar was? Aber ich regeneriere mich schnell. Ja, ich leider nicht. Ich habe nur noch 20 Prozent oder so. Und der Heli geht mir auf den Senker. Okay, ich schieße noch ein bisschen. Aber ich muss halt R3 getript halten, damit ich hinten schießen kann. Hoffentlich schieße ich mir keinen Platten. Sind die hinter dir her, Panos? Ja. Okay, ich bin fast bei dir. Wahrscheinlich so 500 Meter. Alter, komm doch um die Kurve, man. Ja, du musst bremsen, Alter. Panos, du musst einfach ein bisschen bremsen. Das ist, man benutze ich anbremse. Oder das. Schwierig zu fahren, zu schießen und nach hinten zu gucken. Ja, deswegen fahr einfach, ja. Wenn der hinter dir ist, kann er dir nichts mehr tun. So, ich bin bei ungefähr 100 Meter bin ich von dir. Er kann dir die Reifen nicht platz schießen. Das Problem ist, ich habe keine Reifen mehr hinten. Gut, ähm, Fahrzeug, was man in Missionen klauen muss oder so, ja. Die haben alle schon sichere Reifen. Bin ich draufgekommen auf Zufall. Ich hatte noch nie einen Platten in der Mission mit so einem Fahrzeug. Ja, dat glaub ich dir. Panos, ich bin gleich da. Alter, Panos, was fahrst denn du zusammen hier? Ja, ich muss ihn abknallen. Du musst ihn nicht abknallen, das redet die ganze Zeit. Hm, ja, sonst war Rick ich. Nein. Er kann dir nichts tun, wenn er hinter dir herfahrt und schießt. Okay, jetzt hängt sich mein Spiel auf. Fahr einfach? Also jetzt hat sich mein Spiel aufgehangen. Ja, mein Spiel hat sich aufgehangen. Delta, jetzt hängt es an dir. Super. Ich schaff das wahrscheinlich nicht, ich hab 20%. Einfach fahren. Ich hab nur 20%, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ja, und der Hele ist da, das ist ein Problem. Einfach zurückerriffen. What the fuck? Okay, nee. Es wird... Ja, totale Katastrophe. Alter, nein, ich... Ich muss es schaffen, ich muss es schaffen. Fahr jetzt, du verfickst ins LKW. Wie viel? 400 Meter. Ja, das schaffst du, komm. 400, 350, 300, komm, 200, 51, 100. Eli, holt auf. Hier in die Garage. Hier, 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 rechts. What the fuck? Alter. Schnell rein, schnell rein, Alter. Oh mein Gott. Der Helikon, der Helikon. Ran mit dir, ran mit dir, du fettes Ding. Ja. Ich hab's geschafft. Oh ja. Alter, Alter. Alter, partei. Das war aber jetzt eine heftige Mission, Alter. Ich hoffe, ich kriege jetzt 20.000 oder so. Nee, 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 so viel kriegst du nicht, aber... 7.500, ja. Ist nett, oder? Rang 5, ja. Alter, das war aber jetzt eine krasse Mission, Alter. Ja. Auf jeden Fall, ey. Ja, wir müssen kommen gar nicht. Boah. Mir hat's gefallen, und ihr? Das meiste? Ich hab mir doch den Arsch aufgerissen zuletzt. Und ich hab 5 Kills und einen Tod. Ja. Ja, auf jeden Fall gefällt mir. Und wir machen freier Modus. Freier Modus. Ja. Ich würd sagen, das Let's Play dauerte schon eine gewisse Zeit. 22 Minuten. Und ja, Leute... Let's Play, die Folge. Ja, die Folge. Folge, wir müssen in Folgen reden. Ja, und Leute, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, mir zuzusehen, wie ich fast um ein Haar draufgegangen wäre und es trotzdem dann geschafft hab, als Level 5er hier abzuliefern. Und somit, äh, begrüße ich alle und, ja, bis zum nächsten Mal. Wollt ihr zwei noch was dazu hinzufügen? Freuen wir schon aufs nächste Mal. Bye-bye, Leute. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal.